da bin ich wieder ich bin jetzt bereit es geht jetzt zu ich habe total viel in der küche vorbereitet eben deswegen bin ich leicht fix und fertig ich habe mich total übel verbrannt was eigentlich eher selten vorkommt aber egal ich zeige euch gleich was ich vorbereitet habe das muss jetzt auch noch alles ins auto mein schlafzeug hier die decken mein pyjama und so weiter und hier habe ich auch noch sachen das muss jetzt auch noch alles ins auto die blumen und die geschenke für meine konos jawohl ich freue mich und jetzt zeige ich euch ganz kurz noch was ich vorbereitet habe zu essen jeder sollte nämlich eine kleinigkeit eben vorbereiten ist ja auch total in ordnung die meyre hat sowieso den stress des grauens wenn wir jetzt alle da anwallen und ja ich habe jetzt ein bisschen was gemacht das zeige ich euch mal eben also so sieht es jetzt hier aus das habe ich vorbereitet das ist so eine spinat frischkäse rolle mit käse das ist die vegetarische variante und hier habe ich schinken mit rein und hier habe ich so blätterteig schnecken das ist die vegetarische variante und hier habe ich noch so speckwürfel mit rein und dann habe ich jetzt hier noch baguette aufgeschnitten hier ist so ein aufstrich mit walnüssen frischkäse und zwiebeln und so weiter und das mache ich dann aber erst bei der mayra drauf weil sonst überlebt es wahrscheinlich die fahrt nicht da kommt jetzt überall noch alufolie drauf damit es die fahrt überlebt und die gurke die nehme ich somit die schneide ich dann bei der mayra auf damit ich dann noch so ein bisschen deko dran mache das ist nämlich jetzt wegen der fahrt ein bisschen schwierig deshalb mache ich das dann bei der mayra ja lecker lecker wir werden schlemmen ohne ende wahrscheinlich und uns dann rauskugeln morgen früh bei der mayra also ich trage jetzt mal alles runter ich hoffe dass mir meine männer jetzt ein bisschen helfen weil es wirklich recht viel ist und dann würde ich sagen sehen wir uns jetzt gleich bei der mayra und da kommt gerade die bella angetippelt man hört die über die treppe tippelt 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 ja bella wirst du mich vermissen wirst du mich vermissen wirst du mich vermissen also auf geht's nach unten wir sehen uns bei der mayra bis gleich oh gott das ist so viel mein mann grad willst du ausziehen willst du etwa dass ich ausziehen nein oh gott das ist so viel hier schaut mal das muss ich auch noch alles mit runter tragen und noch das ganze essen wir sind da ja wer noch schaut mal auch da sind meine mädels da ist also gut die mayra schneidet jetzt die torte an und wir sind schon total gespannt wie es schmeckt schaut auf jeden fall schon mal traumhaft aus ja jetzt machen wir mal ein bisschen rüber Das ist perfekt. Es gibt Cognos. Cognos, Cognos, Cognos. Ich sage es fast immer. Das ist eine andere Position, Mädels. Scheiße, Scheiße. Alle Kussen. Okay, nochmal. Sollen wir irgendwas mit dem Bauch machen? Ja, alle kippen oder anpassen. Ja, genau. Aber von Vorsicht ist auch mein Bauch nicht zu flach. Also, ein, zwei und... Ja, sehr gut. Noch mehr? Guck mal. Voll schön, Mensch. Oh Gott, es ist ewig her, dass wir das letzte Mal hier machen. Ja. Ich versuche ein Foto mit meiner Kameras. Mann, ich kriege nie so etwas. Ey, ich sehe so die Fähne. Ich sehe doch die Fähne. Ah, da ist sie. Wegen ihr sind wir da. Hallo. 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 Wir sind hier da, schau mal. Da ist ein kleines Baby. Ja. So, wir essen jetzt. Schaut mal, wir haben schon angefangen. Das sieht alles so lecker aus. Richtig schön hier. Genau, und das hatte ich noch, das hatte ich euch zu Hause nicht gezeigt, weil ich das hier vorbereitet hatte für die Mayra. Und hier geht es noch weiter. Und wir sind schon kräftig am futtern, wie ihr sehen könnt. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Ich heule. Komm doch hin. So, die Mayra hat gerade unser Geschenk gekauft. Schaut mal. Schaut mal, was eine wunderschöne Überraschung ist. Mega. Schaut mal. Es hat die Mayra von den Cornios gekommen. Dankeschön. Und noch ein Tara-Gutteil, damit man schöne Sachen kaufen kann. Für das Baby. Nicht für dich. Nee, für mich nicht. Für die Prozessin. Also, es gibt jetzt Pizza. Schaut mal, da. Und wir lassen es uns jetzt schmecken. Äh, Tara, ist nicht für dich, ne? Ja, okay. Ja, aber auch. Hier ist abwarten. Ey, die nehmen jetzt gerade die ganzen Geschenke mit. Ach so, wartet mal, ich wollte euch noch was zeigen. Schaut mal hier. Mega. Das hat Mayras Mama in den Geschenk. Ist voll laut. Na ja, wir sind Südländer. Nein, nein, das sind wir. Wir sind Kanaken einfach. Nicht Südländer. Außer sie. Sie ist auch Kanaken, weil sie ein Cornios. Also, wir essen jetzt Pizza. Wir haben es jetzt dachts, zwei Uhr. Und es gab gerade Geschenke. Schaut mal, das ist von der Tara. Das ist von der Sandy. Von der Göse. Und das habe ich meinen Mädels geschenkt. Für diese Vase und diese wunderschönen Pulpers. Yay. Da ist die Göse. Bist du müde, Göse, Schatz? Ja. Haben sie ja erst. Ne, guck mal, da oben steht es. Fast halb drei. Ja, halb drei. Bist du müde? Ja. Warum? Also gut. Da ist übrigens auch noch was Schönes drin. Schaut mal. Süß, oder? Für meine Mädels. Ja, und ich glaube, wir gehen jetzt schlafen, oder? Nein. Gehen wir nicht. Wir labern noch eine Runde. Ja. Hallo, hallo. Ich habe gerade gemerkt, dass ich mich gar nicht von euch verabschiedet habe. Ihr habt es gesehen, ich war bei der Babyparty von der Mayra. Jetzt bin ich gerade bei Nintendo hier in Frankfurt angekommen. Es wird gleich bestimmt total spannend, dazu nehme ich euch auch mit, aber ich wollte mich noch ganz kurz verabschieden und ihr habt es gesehen, wir hatten eine richtig, richtig schöne Zeit bei der Mayra. Die hat sich so unglaublich viel Mühe gegeben. Das war alles so, so herzlich und so schön dekoriert mit so viel Liebe zum Detail. Also wir haben uns alle super wohl gefühlt. Ich habe meine Konyos wieder gesehen und wir haben bis morgens um fünf geratscht. Wir haben nur eine Stunde geschlafen. Also ich bin um sechs wieder quasi hell wach gewesen, so die innere Uhr. Ja, deswegen bin ich auch relativ müde. Jedenfalls war es echt so, so schön und ich glaube, so ist es in einem Schullandheim. Ich durfte ja nie in Schullandheim, guck mal Papa aus, aber ich glaube, so ist es dann dort, wenn man eigentlich ins Bett gehen soll. Dann werden da noch Kissen geworfen und es wird die ganze Zeit gelacht und gekichert und Witze erzählt und Horror-Stories. So war es bei uns eben auch und es war einfach wunderschön. Und glaubt mir, mit meinen Konyos, also die Freundschaft, die ist einfach unbezahlbar. Das hat schon lange nichts mehr mit YouTube zu tun oder Social Media. Wir haben uns zwar darüber kennengelernt, aber es geht eigentlich zu, sagen wir, 90 Prozent um das Private, wenn wir uns hören. Und wir hören uns tatsächlich jeden Tag. Natürlich kommt auch mal die Frage, hey, wie hast denn du das gemacht oder wie kann ich das und das so machen? Irgendeine App, die man braucht, um irgendein Thumbnail zu bearbeiten und so weiter. Aber diese Freundschaft ist tatsächlich unbezahlbar und sie spielt im wahren Leben. Das muss ich ja wirklich dazu sagen. Und ja, es war so schön bei der Mayra. Mir fehlen echt die Worte. Ich glaube, ihr habt es gesehen, oder? Ja, und schaut unbedingt bei den Mädels vorbei. Schaut auch mal bei der Mayra vorbei. Die hat auch ein Video online gestellt. Verlinke ich euch alles unten in der Infobox. Jetzt verabschiede ich mich von euch, denn hier geht es jetzt auch weiter. Ich hoffe, dass ihr dann bei dem Video auch wieder mit dabei seid. Lasst mich gerne mal wissen, ob ihr schon mal bei einer Babyschauer-Party wart. Für mich war es die erste. Sehr, sehr aufregend und wunderschön. Bei mir gab es es nicht, als ich schwanger war. Hört sich an, als wäre ich vor 20 Jahren schwanger gewesen. Nee, aber ihr wisst, was ich meine. Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Wird mich total interessieren, ob ihr schon mal bei einer Babyschauer-Party wart. Und jetzt verabschiede ich mich von euch. Habt alle einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Tschüss.